Hä? Aber da geht's doch bis naheim. Ähm, warte. Wieso kann ich das hier nicht? Ich kann nur irgendwie eine Seite. Warte. Ist das jetzt ein Bug? Ähm, warte. Warte. Drehe in die andere Richtung. Vielleicht hab... Biss ja. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass sich das hier auch drehen könnte... müsste. Oder vielleicht muss erst mal die andere... ...warte. Dreißig, elf, acht, neunzig. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Na ja. Ich weiß nicht, ob ich mich grad nur doof anstelle, aber ich hab gedacht, dass ich die irgendwie bloß zählen muss. Ich weiß nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist denn der Galgenmeister? Heißt das, wir kommen nicht ans Gold? Vielleicht hätte besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Trixers sind. Ähm, nein. Au. Au. Au, Alter, wie viele sind denn hier? Ah, ich bin tot. Müsste er nicht ein Loch in der einen Hand haben? Das hat er eben gerade nicht. Hallo, wo ist denn bitte das schöne Loch hin? Vielleicht hätte besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Trixers sind. Ich kenne dich, wer du auch bist. Okay. Okay. Wir müssen ein bisschen Sneaky jetzt vorangehen. Vorangehen, ja. Oh, Mann. Wieso sehen die mich? Wir haben dunkel. Ja, die ist dunkel. Ah. Wie kann ich blocken? So. Warte. Ja, Katzen kann ich keine Pause machen. Ist ja okay. Warte. So. Option. Tastenbelegung. Gibt's hier. Abwehren. Ausweichen. V. Ähm. Okay. Anscheinend gibt's nur V als Ausweichen. Äh. Okay. Anscheinend gibt's nur V als Ausweichen. Trixers sind. Ist hier irgendwo. Ich weiß es. Nein. Aua. Ich sagte Aua. Haar. 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 Drück. Wir haben kein Haar. Ähm. Ja. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Finde ich. Wenn ich überhaupt richtig mache. Ich weiß es nicht. Das sind ein paar. Vielleicht hat er besser recht. Wehe, wenn in dem Ding nicht mindestens die Goldzähne des Trixers sind. Das war gut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was es bestimmt eh nicht war. Ich werde gleich nochmal sterben. Wie ich irgendwie immer zu früh aus war ich auch. Wie ich irgendwie immer zu früh aus war ich auch. Ich bleib einfach was. Ich bleib. Was. Ich bin hier nicht. Wieso. Jetzt. Hahahaha! 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 Wir sind hier raus! Hahahaha! Das sind Ich hatte ihn und er ist entkommt. Ich finde das gerade irgendwie lustig. Wo ist er denn? Oh, hi. Aua. Nein. Ich mach mal kurz Licht aus. Denn dann könnt ihr mich nicht so gut sehen. Hab ich die Hoffnung, zumindest. Nein. Wieso hab ich ein gebrochenes Herz? Das sind ein paar. Das war 30, 11, 98. Die bemerken das ja nicht. Sag mir. Ist das wertvoll? Wieso sehe ich nichts mehr? Ich hab nur E gedrückt. Hä? Ach der... Das ist Mohn. Äh, hallo? Das ist immer noch Mohn. Hä? Was ist das? Okay. Äh. Äh. Man wird stark, wenn man alleine aufwächst. Was sag ich denn? Ja. 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 Das ist immer klüger. Ich wollte helfen, doch du hast nicht zugehört. Weißt du? Das Silbe habe ich auch über dich gedacht. Ähm. Ach so. Ich werde sie aufhalten. Ich möchte schlafen wie du. Mothcrest. Er ist hier. Willst du wissen, was passiert ist? Wo du warst? Was? Komm zu der Heilanstalt. Warrobot Wahrheiten, die viele gern vergessen. Okay. Ein bisschen... Willst du mich retten? Dann brauchst du den Schlüssel. Rede dich um. Stieh ihn einfach. Du hast doch noch nie gezögert. Ah. Ein bisschen creepy. Aber okay. Das tut doch irgendwie weh, von der Höhe trotzdem in dem Stahl... Ding... ...unterzufangen. Ah. Nur 300 Gold! Mann. Und ich habe... Ich wollte mehr. Schaukästen aktualisiert. Okay. Was ist 1FP? Ach so. Fokuspunkte waren das ja. Nur ähm. Wie konnte man die nochmal verteilen? Ähm. 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 Warte mal. Scheiße. Ob ich schon irgendwie was? Irgendwie anscheinend nicht. Aber okay. Ich beende jetzt mal die Aufnahme. Denn wir haben schon früh. Und... Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Und... Tschau. Tschau. Tschau.